Suu Suu Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TTT mit den üblichen Verdächtigen und Clur Warum der Verdächtige? Weil es hier um Detektivarbeit geht? Was? Nein. Hat er nicht. Was? Nein. Also mal Jan. Äh, ja. Veganer haben keinen Sex und sie pflanzen sich. Clur, bist du in game oder? Alter, Clur bist du aufgeschwägen. Der Clur, der hängt wieder mit einem alben Auge auf Facebook. Veganer sterben nicht, sie beißen nicht. Jürgen, die Witze sind halt überhaupt nicht gut. Na doch, für Clur sind die gut. Man kann Clur halt gut auslachen. Oh. Das war BM. Das war BM-Technik. Was heißt BM? BM heißt... Black Manner. Beste Mate. Beste Mate. Black Manner. Dachte ich... Black Manner. War ja klar, der Zimmer von Chantau kommt, Alter. Warte mal, hä? Was ist das jetzt? Aua! Shizulo? Jesus, auf Leute. Was zur Hölle? Shizulo? Jemand hat mich gerade einfach mal mit einem Schock auf 33... Alter, was? Ja, nice Shizulo dann, was? Island Sport auf 3... Ich war da... Ja, lass mich den doch... Warte mal, der Alkoholisiert. Unlucky. Warte mal, ich hab... ich hab nen Stuhl. Heeeh, ich hab nen Stuhl. 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 Ja, und warum identifizierst du den? Ach, hast du... Warum... Hey, bei mir wird gar nichts angezeigt im Chat. Ich hab den Identifizier. Ich hab den Identifizier. Ich hab den Identifizier. Ich hab den Identifizier. Ich kann den auch nochmal identifizieren. Ich sitz auf dem Pott, ja? Kacken, oder was? Occupied, ja? Auf chlos. Au, AC. Allo, AAR. Ja, bisfeldig mit nem kacken, oder was? Uh, hier stehen Bissi das. Äh, Achtung! No, just C appelk. Chris Chies, Chris Chies, Chris Chies. Den tive ein, oder hat der Traitor überlebt? Hm, Unlucky. Ja hier sind 3 Leute ge schön. Ja, und die waren alle Inno. Das ist netich gut. Nein, wir sind doch ganz viele Leichen, so dann hätten wir einen Tau, dann hätten wir Kurzer, Kurzer Watsch, Alter. Hä? Sind noch ein Revided Videos? Ich weiß. Woah, Mann! Alter, der Übenzüglich! Alter, der Übenzüglich! Alter, der Übenzüglich! Inhuman, fucking, what the fuck! Äh, klar? Ja? Du weißt auch nicht, mit wem du das zu tun hast, oder? Ja, what the fuck, ey! Ich höre Raketenwärme und denke mir nur so, ja, es gibt nur noch eins, oder? Du bist ein Global, ey! Ja, das ist ein Human Erection, Alter! Der ist Chris halt schon wieder, ne? Der ist ein Human Erection, Alter! Der ist ein Human Erection, Alter! Und er klickt mich halt einfach weg! Ja, sorry, Shitsulo, aber das wollte ich dir nicht durchgehen lassen. Ja, für mich. Warum ist denn der Chris so triggered? Hä? Oh mein Gott! Alter, die Lampe hat hier irgendwas... Wie geht das nicht aus? Die Waffe hat irgendwas... Mann! Lass das Licht an! Lass das Licht an! Lass das Licht an! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin rein! Oh mein Gott! Ich bin rein! Lass das Licht an, ich bin rein! Nie, ich bin rein! Ich hab noch 5, 4 Zeit mit dir lieb! Ich bin auf mich und feuer die gefeuert! Ahh, das jetzt ist nichts! Hallo, Klar! Ach, schon feiert, Alter! Klar? Ja! Hast du mich eigentlich lieb? Ja! Ich verteidige dich! Wie sehr? Das bleibt immer noch hier unten! Sehr, sehr! Drück mal deine, deine Liebe in nem Schuss aus! Nein, 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 das machen wir nicht. Warte, mach ich auch. Mach's man nur bei Frauen. Mach's man nur bei Frauen. Lass mich mal durch. Warte, guck dich. Wo bist du hin? Zeig dich mal. Ich seh dich nicht. Ich mach die Augen zu. Ich mach die Augen zu. Hey, was macht ihr denn da schon wieder von der Kacke? Hey, warum? Klar, mach das auch mit drauf. Lol. Fucking Chantau. Fucking Chantau, ey. Chantau ist immer ein Tracer, ne? Alter, was dein Huch? Geh weg, Chant. Hä, was ist denn passiert? Hä, was ist denn passiert? Chantau hat jemanden weggeschaut. Also, Kruza oder... Chris, geh weg von mir. Geh weg von mir, Alter. Okay, Chris ist es. Alles klar. Halt's maul. Ich bin die Leitseite Peric runtergefallen. Ja, 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 ja. Komm, erzähl mir nix, Alter. Captain Rocketboy, ey. Chris, warum bist du es denn nicht? Bitte? Ich bin ja gerade hingelaufen, Mann. Ich bin die Leitseite Peric runtergefallen. Ich glaube, es ist Chris. Ich glaube, du wolltest mich da gerade umbringen. Wirklich nicht. Warte, 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 wieso ist es, wieso ist ein Peric denn nicht? Warum hat Jan mich eigentlich direkt gecallt? Ja, weil, weil es hieß du oder ich und ich bin es nicht. Halt mal dein Maul. Jan. Warte. Hä? Alter, ernsthaft, Rollplay des Grauens, Alter. Wirklich? Halt mal dein Maul. Halt mal dein Maul. Warum hast du den Klör nicht weggemacht? Ich dachte, du kannst den Klör einfach töten. War klar genug, die Ansage. Alter, was war denn da los, Alter? Was war denn da los, Sion? Was war denn da los, Sion? Hast du wieder geschlafen oder was? Nein, wieso? Weiß ich auch nicht. Der Chris ist einfach instant triggert, Alter. Alter, wie geil das war. Es brüllt halt einfach direkt, Chris ist es! Ich bin nur hinter dir die Treppe rum. Ja, warte mal, Alter, ich hatte Angst, ja? Ich war in meiner Nähe. Ich war in meiner Nähe. Nee, da war ich nicht. Shit, Ulu, das willst du nicht. Man kriegt Damage von der Linken. Alter, die Maul. Wie sie sich dreht, Alter. 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 Aua. Alter, was ist denn ihm los, Alter? Der übelst den Monsterstein. Was ist denn da weggebrochen, Alter? Hey, good looking. Du kannst mich nicht sehen dahinter. Ich versteck mich. Hey, Jitsudo kill on side. Boah, hast du gehört, guck ihn. Oh, Chantau, wollen wir in den Dunkeln in die Badewanne gehen kommen? Guck in die Badewanne. Chantau hat ein Messer. Guck in die Badewanne mit. Hä, warum? Chitsulo ist es. Chitsulo und Alex sind alle. Ich glaube, alle sind es, oder? Chitsulo, welchen Wein davon magst du eigentlich am liebsten? Guck mal, hier ist einer weg. Ja. Ja. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, the fuck, Alter. Ah. Ich bin mir ja nicht sicher, was ihr hier macht. Hä, wo soll ich denn? Weg. Oh, Alter, dieses Scheißlicht. Kann das jetzt mal einer anlassen? Ich hätte fast geschossen, ey. Oh mein Gott, das war's. Was? Wow. Wow. Ja, Chris hat Claire weggesprengt. Achso, ja gut. Ja, ich hab den Rocket Launcher aufgehoben. Hä, wo ist denn Chris denn? Ja, die Leiche muss da irgendwo noch drin liegen, aber auf jeden Fall hat er weggesprengt. Ach, hier, hier. Hier ist die Leiche. Oh, der ist ganz angeflogen. Der ist durch den ganzen Raum geflogen? Was ist mit Claire los, Alter? Was lacht der schon wieder so direkt? Mit Chitsulo lebst du noch? Weil da unten war halt noch jemand. Wo? Dann ist Chitsulo, der tot ist noch. Was, wo ist denn noch jemand? Da unten war drei Leute. Hier liegen zwei Leichen. Hä? Hä? Warum sollte er nicht reden? Na, weil der Traitor ist. Warte, warte, warte. Ne, hier liegt er doch. Tschüss. Das war der Baby. Da Baby. Wo ist denn das passiert alles? Unten, unten. Bist du grad nach oben gelaufen? Oben aufs Dach? Ne, ja. Nein. Das wär so schön gewesen, ey. Anti-Mate. Ey, der Chris zieht erst mal vor. Ey, da wollte ich so richtig, da wollte ich so richtig schön Coby-Style einfach die Treppe rückwärts runterspringen und euch den Rocket Launcher dazwischen Augen drücken, Alter. Und dann steht der Leon hinter dir und du kommst nicht weiter da hinten. Ne, Leon hat sich ja ein Wein ausgesucht. Vorher hat's auch keiner gerafft, dass Leon tot ist. Ich mein, der redet ja auch wenig. Hast du ihn vorher genervt oder wie? Ja, ich hab ihn an einem Weinregal direkt abgestochen. Hast du Roshi Zulu auch getötet? Hat er geweint oder was? Huh. Der Tau, so lustig war's jetzt gar nicht. BAM! 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 Ach, schon wieder. Inoli leck mir doch die Füße weg. Oh. Aha, was wolltest du machen, Schatau? Ich hab auf das Bild geschossen. Wolltest du die Waffe, wolltest du die Waffe wechseln? Wolltest du die Waffe wechseln? Nein, ich hab auf das Bild geschossen. Nein, du würd. Ops. Geht mal weg hier von mir. Geht mal. Geht mal weg. Geht mal weg. Geht mal weg. Disco! 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 Farsi, Farsi, Farsi! Ich will nur nicht, dass er mir hinterher rennt. Galil ist aber auch übelst... Warum ist jetzt Feuer genug? Aua, Alter! Da war ähm... Feuer! Eist der Feuerdingeling, der Typ? Feuerdingeling? To the rain? Feuer to the rain? Fein? Was geht? Hör, was machst du mit... Alter! Weiß ich, komm mal nimm! Du hast es... Du hast nicht... Einer, meine... Ops... Alter! Jucke, was ist denn? Du bist der nächste! Boah! Boah! Wollte das alle leichten, dass er juke werden? Äh... Hab ich! Krill... Jan ist es! Shizulo, wenn du es nicht bist, ist es Jan! Jan! Okay, das ist Shizulo! Ich bin es nicht! Ich bin es nicht! Ich bin es nicht! Ja dann... Warum sagst du... Ah Gott ey, jetzt hab ich dich fast gekillt! Jan, du Drecksau, Alter! Ich bin es halt nicht! Ma... Wieso kommst du mir mal raun, Mann? Wieso kommst du mir mal raun, Mann? Alter... Cloud fucking Fiesta! Das war Sucker! Alter... Habe ich viel gemacht, die Runde, Alter! Vor allen Dingen, weißt du, ich bin... Ich bin grad die Leiche von Technics verstecken, kommt Anlagie der Chantau rein! Ja, du darfst es nicht vergessen, Chantau und ich, wir sind... Ja, ich hab'n Radar, ich seh' immer Technics! Hauptsache, Anlagie meinte, kommt dann der Chantau rein, ich kann die Leiche wegpacken! Ich hab' tatsächlich nur... Ich hab' tatsächlich nur... Ich hab' tatsächlich nur deine Crowbar gesehen und das Abend mit Babymatter lag auf dem Bett. Ich dachte mir nur so, äh... Du hast die Leiche gar nicht gesehen, dich mit das Bett geschossen? Nee, ich hab' dann gleich nie... Nee, nee, hab' nicht! Ich dachte, du hast die Leiche gesehen, wollte ich grad sagen, so... Nee, erst als du auf mich geschossen hast! Das Leiche hab' ich gleich nie gesehen! Ich komm' so an... Der Reihe nach rein, wie so ne möglichst schlechte Teamfight, oder? Fussig! Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, klar! Schlechter Teamfight, hä? 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 Da ist Feuer! Wieso denn Feuer? Was? Ich bin das nicht! Gibt's ja auch irgendwie ordentliche Waffen, oder... Jemand hat mich abgeschossen! Von oben, Alter! Mal locker da oben! Bekruze was! Bekruze was! Bekruze was! Wir machen wir fertig! Bekruze was! Bekruze was! Bekruze was! Wir machen jetzt Vertrauensbeweis! Was denn? Kappa! Warte! 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 Ich geh in die Ecke! Ich geh in die Ecke! Ne! Ich geh hier in die Ecke! Und jetzt? Warte! Ich geh hier hin und ich dreh mich um! Wenn du schießt, ne? Was soll das? Nix? Kommst du gerade? Krieg ich nix an geklaut? Nein! Okay, ich vertraue dir! Wie hast du mich denn durch hier? Hä? Hier kann man durchs Geländer durch! Ja, muss ja auch nicht! Sollte, ich kann jetzt mal jemand hier den Dreck wegwischen! Ich krieg euch auch ne Schaufel mit! Oh! Schauer! Meine Auge juckt! Hey! Hey! Na ja, ne! Also der der den Dreck weggemacht hat, den macht der jetzt bitte auch wieder weg! Die Schaufel, bitteschön! Da! Wer hat jetzt hier grad die... Irgendeiner hat die Kronleuchter ausgehört! Das war vorher, damit du... Aua! Ey! Ich hab dich mit rechts geht gehauen! Nicht... Nicht hauen! Nicht hauen! Alter! Ja? Ja? Machst du das mit der Descom? Das riecht noch? Das riecht doch stark nach dir! Es stinkt nämlich ziemlich! Ja, das riecht ja ja! Herrick? Ja, war das mit mir! Okay, okay! Herrick? Nebst du nur noch? Ja! Nicht mehr lange! Ja! Ich hör doch hier irgendwie eine Musik, oder? C4! C4! C4 oder... C4 oder... Oder Sticky! Ist doch Musik! Oh Gott! Oh mein Gott! Schneemann oder was? Alter, ich hab nur noch 8er B! Warum? Irgendwann hat mich weggefickt! Alter! Oh mein Gott! Technik ist es! Technik ist es! Das stimmt doch gar nicht! Oh, ich hab's gesehen! Technik! Hab's gesehen! Was hat er gemacht? Ich bin hinter... Oh mein Gott! Ne, ich bin hier, ne? Ich bin hier! Alter, ich hab nur noch 8er B! Shit! Klar! Klar! Alter! Kann man den... Kann man den... Ja! Wer ist denn hier gestorben? Alter! Wer ist das denn hier? Der Schneemann! Der Schneemann! Hey, warum hast du mich einfach gekillt? Leip! Weil Klör den Raketenwerfer aufgehoben haben, wenn du noch zu kurz am Leben waren! Nein! Die Zolle war auch noch am Leben! Überhaupt! Okay! Hallo! Ich lebe! Wann hast du mich denn gestickied überhaupt? Ja... Ne, jetzt mal ehrlich! Wann hast du mich gestickied? Als er auf der Treppe stand ist... Ist ja schön nach oben geguckt! Leider hatte ich... Leider war er ein bisschen unlucky, Alter! Ich hatte nur 8 Tapeten nur noch, ey! Du geduckst die Scheiß-Zenewelle, Junge! Ja! Hast du dich selber weggestickied oder was? Das ist leider richtig! Ja, hat sich auch selber auf 8 Tapeten gesprungen, weil das Haus so klein ist! Mittlerweile, ja! Du Alter! Ich hab' gehofft, dass da irgendwie mehrere Leute sterben! Und da war's doch ganz anders! Da kamen Schneeball und alle wussten direkt Klör Perrick! Klör Perrick! Ja! Ja, dat ist nämlich der Dumme, Alter! Dadurch, dann... Das Ding ist, ich hab' Technics Werfen sehen und wollte ihn aber trotzdem steilen, umbringen, dass er nicht sterben, dass er das weiß! Jeder hat halt so seine Go-To-Waffe, ja! Ja, dat ist halt so dat Ding, ne? Großartige Vielfalt da rein! Ja, dat weil... Sobald du irgendwie die C4 benutzt, da weiß halt jeder direkt, öh, Perrick ist es! Voll die Vielfalt! Das ist halt, äh... Irgendwie... Ich nix! Ziemlich wack! Wack, wack! Wack, wack! Wack, wack! Wer hat mich grad mit der Nähe zeigen? Jo! Danke! Schantau, lass uns mal hier ne Brücke machen! Komm mal her! Ne Brücke? Mach mal hier... Bück dich mal! Bück dich! Räuberleiter! Was machst du da jetzt? Jetzt spring ich hier die ganze Zeit! Egal, Alter! Jetzt über den Kopf nicht mehr! Ich bin immer noch da! Kappa! Ah, clever! Wann schleifst du hinter mir rum? Tue ich gar nicht! Der Boden sieht schön aus! Natürlich tue ich gar nicht, Alter! Dieser Kleine! So, willst du den Leifern im Rücken haben oder was? Warum kommst du so nah an mich ran? Aha! 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 Was soll denn der Scheiß? Äh, Grundleichter ist grad direkt vor meiner Nase runtergefallen? Das war ich nicht! Ey! Ich bin doch nur Holstert! Holst... Oh! Alter, sei doch nicht gleich immer so Agro! Holstert! Agro! Holstert Boy! Mook! Warte! Oh ja! Du Agro-Nist kriegst erst mal ne Schelle! Sei doch nicht gleich immer so Agro-Berlin! Also Shih Tulu ist es glaub ich nicht, dafür hat er einen zu krassen... Hallo Shih Tulu! Oha, oh! Oha, oh! Oha! Kurzer... Ja, lass mich mal... Stop it! Ich will eigentlich... Ja, du willst aber nicht... Nein, nein, du willst nicht runter! Nein, nein! Du willst nicht runter! Warum willst du denn da? Warum willst du denn da? Warum willst du denn da? Komm mal mit, ich zeig dir was, komm mal mit! Ich zeig dir was! W-Wat willst du mir zeigen? Achso, das weiß, was da rauskommt? Hier, ich versteck mich im Schrank! Ah! Aua! Ich hab den Schlafen bekommen! Du hast doch keine Angst vor mir, das ist gar nicht... Hä? Hä? Der fuck? Was? ich habe nichts gemacht ich schwöre ist was aufgefallen der den schrank aufgemacht erst durch das durch die durch die durch die dinge durch die tue hier ab nicht viel jetzt mehr das mal die technik alleine das hier spielen dieses komische brett hat ihn einfach getötet alter was ist das was er hat sich richtig gut der nicht kris ist und auch nicht kurzer das geht noch 30 sekunden in der nähe vom klavierraum haltet euch einfach auf der anderen seite auf das nicht sagt er ganz du kannst du auch das arm oder nicht ist dann ja aber das hat eine bestimmte chancen sind echt bisher nur zwei leute gestorben noch ich dann entweder schon tauch und ich habe die cp in die fresse bekommen ich glaube ich war zu viel legt im spiel aber peric weiß das ja peric war das er lebt noch bei mir wird er noch alles eben angezeigt der hat den tod vorgeteischt das ist dieser komische timer da wir haben nämlich gleich ausgenommen könnte sein aber zum glück ist der technik der mail dass christian es steht zwar nicht wie du genau darauf kommst aber finde ich nett dass du aus dich zu versuchen zu reden ich bin bei kurzer geblieben weil ich dachte er ist der einzige den ich vertrauen kann schantau und kurzer waren es beide nein wusste ich nicht wußte ich nicht wo durch bist du denn da chantau war nicht tot ja war es war ein bisschen länger action irgendwie ja am ende mich hat einfach dieses komische brett gekillt also dass er auch nicht runter geht ja warte mal irgendwie war das voll komisch du hast mich noch mal du hast mich in preparing mit dem hä seit wann kann man in preparing mit fucking verstehe ich nicht du hast mich ja oder das war schon wieder das brett das kann ich mir nicht vorstellen doch ist klar ja schon da ist klar kommen wir an hier kommen wir an hier kommen wir stehen aber wir spielen mal was hat er hat er kurz ich muss mich im katzen nein ich muss mich etwas abwechselnd in die eier der wert um kippt der gewinnt ich fange an alter hör auf damit klar das spiel klar ich zähle ich komm mal her komm mal her wir machen jetzt ein spiel ja machen jetzt ein spiel ich zähle bis fünf und natürlich die 1 2 3 4 5 ist wenigstens berechte klar das gut ich hab mich natürlich ich habe ich ich habe noch gewartet bin ich einfach mal ein bisschen weiter weg ja die war direkt unter euch in dem haus direkt im zimmer und dann bin ich halt hochgelaufen dann seid ihr ja auch alle angekommen die lemminge ich denke mir so gut klar nämlich auf jeden fall mit und dann drück ich hab halt das ist einfach vier mann tot alle sind gestorben alle sind gestorben alle aus der christian technik sein richtig geil da sind ein paar leute gestorben was klar klar hat schon wieder irgendwelche psychischen anklopft hat mal wollen wir den christian durchgehen lassen sucht die leiche von klar allerdings hast du eine signet leider nicht klar wenn du noch lebst und ich finde dich natürlich dich wie sieht die aus im shop das ist die schwarze ding da ich habe keinen einzigen schuss abgegeben was ist hier los stand-up oder was ich habe ehrlich gesagt genau die ich habe ehrlich gesagt nein wir kaufen gerade einen wo ist der kler aber warte komm dann stelle ich mich direkt hin und dann kann mich einer stick von euch ich such den kler ich stick Chantau geh mal raus was ist der alter der musste den irgendwo umgebracht haben mann kler wo bist du oder du lebst halt wirklich mal guck doch alter alter es könnte echt warte mal chillt mal chillt mal es ist es ist chris es ist chris save call alter nein warum ist es chris ja wo soll denn kler sein ich hab alles abgesucht ich hab keine ahnung er ist an mir vorbei gelaufen und dann war Ende ja genau dann war Ende weil du ihn umgebracht hast alter ja irgendwo ein c4 kler kler das ist unten glaub ich das ist unten Moment es ist das mucha ja aber my Daniel ich bezaufe woi es ist irgendwo cp kler find irgendwo cp ja mittlere hage 미래 Maman kler rota 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 ich habuş clubs ja ich hab die Behörer warte was was für eine mittlere etage denn oh mein gott oh mein gott hier ist eine mucke ich glaube jetzt jemanden ja hier hat es jemanden zerlegt Kler ist tot? Kler ist es? identifiziert ihn doch! Kler ist es! Pfff ist Musik? Hallo Jan Irgendwo liegt hier ein riesen Haufen Leichen oder? Ja Ja oben Ja oben ist es Boah Da gibt der dem den übelsten Klick Danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal haut da rein Ciao